Teil 3 On Board Freitag, 11.11 Uhr Raymond musste seinen ausgeklügelten Monolog nie halten. Chrissy entdeckte das Schmuckstück auf der Bordtoilette. Nach dem Händewaschen warf sie einen Blick in den Spiegel. Etwas Blaues blitzte an ihrem rechten Ohr auf. Ein Kugelohrring. Das gibt's doch nicht, schoss es ihr durch den Kopf und schon nestelte sie an dem Teil. Das Ding hatte keinen Verschluss. Wie war das Teil überhaupt an ihr Ohr gelangt? Der einzige Mensch, der sie am Ohr berührt hatte, war die Frau von der Sicherheitskontrolle gewesen. Hatte die Tussi ihr das Teil heimlich ans Ohr gesteckt? War der Ohrring eine Schmuggelware? War das überhaupt ein Ohrring? Steckte da vielleicht ein Sender drin, mit dem eine Bombe in die Luft gejagt werden konnte? Ihre Gedanken schlugen Kapriolen und sie zerrte rabiat an der Kugel. Aus dem Lautsprecher der Bordtoilette kam eine weibliche Stimme. Immer mit der Ruhe! Das konnte keine Stewardess sein. Die würde nie so mit ihr reden. Was war hier los? Chrissy wollte nur noch raus aus der engen Kabine. Bevor sie jedoch den Riegel der Toilettentür zurückgeschoben hatte, ertönte die Stimme nochmals. Hey, halt! Chrissy, bleib noch einen Moment hier. Ich erklär dir alles. Die Stimme kannte ihren Namen. Chrissy hielt inne und schaute sich erneut in der Kabine um. Im Spiegel leuchtete der blaue Ohrring auf, verschwamm vor ihren Augen und verwandelte sich in einen Schmetterling. Nein, einen Engel oder eine Puppe, die auf den Rand des Waschbeckens hinabschwebte. Die Zeit stand still. Mit offenem Mund starrte sie das kleine Wesen an. Bist du eine Elfe? Hauchte sie. Elfe? Was ist das überhaupt? Klingt komisch. Elfe? Nein. Schade. Bist du vielleicht von einem anderen Stern? Das passt schon eher. Ich komme von einem anderen Level, begann die Erscheinung, froh, dass sich ein realistischer Ansatzpunkt für eine Erklärung anbot. Sie stemmte ihre Hände in die Hüften, nickte Chrissy zu und quasselte los. Dann bist du, Aqua? fragte Chrissy ein paar Minuten später. Das ist mein Chatname, sonst nennt mich jeder Blue. Es klopfte energisch an die Tür. Brauchen Sie Hilfe? Ist alles in Ordnung? erkundigte sich der Stuart besorgt. Nein, ich meine ja. Es ist alles in Ordnung. Einen Augenblick noch, rief Chrissy. Ich verziehe mich. Bis später. Verabschiedete sich Blue und transformierte. Und wieder hing die blaue Kugel an Chrissys rechtem Ohrläppchen. Chrissy schob den Riegel der Tür vor. Acht Augenpaare blickten sie abschätzend an. Entschuldigung, murmelte sie und schlängelte sich an den Wartenden vorbei zu ihrem Platz. Sie sank in ihren Sitz, schaltete den MP3-Player an und die Außenwelt ab. Nur Musik und in Ruhe nachdenken. Sie betastete ihr Ohr. Die Kugel war immer noch da. Sie fühlte sich kostbar an. Die Oberfläche war kühl und glatt. Chrissy glaubte an Außerirdische. Leben irgendwo da draußen. Ihr Blick suchte den Horizont ab. Unendliches Blau und die Strahlen der Sonne. Wahnsinn. Skromexk. Es war phänomenal. Der Job Freitag, 12.31 Uhr Der Flughafenbus hatte schon eine Minute Verspätung. Raymond stand im Schatten und schwitzte. Es war ein schwüler Tag und die unvermeidliche Sommersmog-Glocke lag über London. Der Verkehr in der Liverpool Street floss um die Mittagszeit etwas ruhiger. Endlich bog der Bus um die Ecke. Chrissy saß hinter dem Fahrer und winkte. Sie sprang auf, drängte zum Ausgang, stieg als erste aus und rannte auf Raymond zu. Hey, Raymond! rief sie und fiel ihm um den Hals. Hey, wie war der Flug? fragte er und seufzte. Mit seiner Geschichte würde er ihr sicher die gute Laune verderben. Anders, antwortete sie und strich ihm fahrig die grüne Haarsträhne hinters Ohr. Green steht dir gut. Er tat es ihr nach und schob ihr ein paar freche, schwarze Locken aus dem Gesicht. Eine blaue Kugel hing an ihrem Ohr. Du bist also schon in diese abartige Story eingeweiht, fragte er erleichtert. Nur grob und ich habe tausend Fragen. Krass, oder? Naja, hält sich in Grenzen, brummte Raymond. War ja schön, dass er ihr die Sache nicht verklickern musste, aber hey, ihre Begeisterung war ziemlich daneben. Fragen müssen bis heute Abend warten. Kein Wort mehr über die Sache, versprochen? Warum denn das? Wir haben einen Job zu erledigen und über unsere Chatfreunde reden wir besser nur, wenn keiner mithören kann, blockte er. Job? Job? fragte Chrissy, während sie zum Bus gingen und den Trolley aus dem Laderaum zerrten. Na was wohl? Rose hat dir den Ferienjob im Apollo besorgt. Wir treten in einer Stunde an. Echt? Das hat geklappt? Aufgedreht hopste sie auf dem Bürgersteig herum. Im Flugzeug hatte sie sich diesen Sommer in den prächtigsten Farben ausgemalt. Sie würden mit den Scromags ein verrücktes Abenteuer nach dem anderen erleben, eine abartige Zeit haben. Und jetzt arbeitete sie auch noch in London im Theater und kriegte Kohle dafür. Geil, geil, geil! Naja, sie hatte Rose auch ganz schön bearbeitet. Mindestens zweimal die Woche angerufen und nachgefragt. Penetranz lohnt sich. Raymond schnappte den Trolley und packte Chrissy am Ellbogen. Wir müssen los. Du willst doch nicht am ersten Arbeitstag zu spät kommen, oder? Nein, eigentlich nicht. Sid würde mir sicher einen ausführlichen Vortrag über deutsche Pünktlichkeit halten, gluckste Chrissy. Nehmen wir die Tube? Klar, geht am schnellsten. Wie klappt es zur Zeit mit Rose und Charles? fragte Chrissy, als sie die Rolltreppe zur U-Bahn hinabfuhren. Raymond stand eine Stufe über ihr. Er zuckte mit den Achseln. Im Moment läuft's gut. Rose hat nur einen Anfall gekriegt, als ich meinen Schreibtisch und die Schulsachen am letzten Schultag auf den Speicher geschleppt habe. Sie meinte, ich hätte nicht die richtige Einstellung zum Thema Schule und Lernen. Und was hast du ihr geantwortet? Nun, ich habe ihr klargemacht, dass ich zumindest die richtige Einstellung zum Thema Ferien und Faulenzen habe. Das war Teil 3 von Scromax London die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de